Abbi! Yo Leute, mein Name ist Lux und der Terz schreit schon wieder Bambi und wir sind wieder am Stapel der neuen Folge. So, wir haben noch mal Zeit. Ich musste dir immer dein Gesicht vorstellen, wenn du ein Intro machst. Den Intro vor allem, ja. Du schaust da immer so in die Kamera rein, oder? Bist du jetzt angesprochen, oder, Kalle? So Leute, wir setzen uns jetzt ein Ziel für die Folge. Nämlich gar nicht. Nicht sterben. Nicht sterben? Okay. Wer verkackt, der muss... Der gibt ein Bier aus. Oh. Wir kennen uns nur vom Zocken, oder? Ja, ja. Lukas, guck mal. Wenn die Orten kommen in Adenauer, watch out, watch out, watch out, watch out! Huh, das war knapp. Aber wir haben schlagen nicht mehr gespielt, irgendwie kommt das zu voll. Ja, seit einer Woche. Echt? Ist das so lange? Boah. Voll. Äh, ja, nicht. Die Folge würde mal wieder verkackt. Danke an Shadowplay dafür. Die hat es irgendwie in Hochformat aufgenommen, beziehungsweise nicht in Hochformat, sondern das war einfach alles zusammengeschoben, sodass es dann im Endeffekt Hochformat war und ich kann es nicht auseinanderziehen, ohne dass die Qualität ungefähr 240p entsprechen würde. Und das wollte ich euch nicht. Ich würde es mir freuen. Ich würde es mir freuen. Du kannst es mir freuen. Du kannst es mir freuen auch direkt sagen, weil ich bin Shadowplay. Hey Leute, ich bin der Shadowplay. Nächste Woche. Shadowplay LP. Bitte. Ja, Mann. Das mach ich mir jetzt. Ja, Leute, komm ab geht's. Ab in die Höhle, oder? Okay. Du kannst nicht sterben. Wir machen jetzt in der Folge einfach gar nichts, weil ich will nicht sterben. Ja, 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 ja. Ups. Wir machen den Video, wie du uns allen Bier ausgibst, wenn du stirbst. Für die Aussage habe ich so das Gefühl, dass ich als Oster stirb. Weil die habe ich Essen. Ich will nicht sterben, weil ich kein Geld habe. Der stößt mich. He. Hallo. Ich bin der Lukas. Ist doch der Kiste? Du hast den süßen Bad. Du hast den süßen Bad. Du auch. Jungs, hey. 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 Nigel. Das ist Absicht, dass die ganzen Steinwahlteile hier wechseln. Was? Hä? Da... Da war kein... Hä? Die sind doch da. Nein, aber ihr, die... Leute, die Map ist weg. Die nicht gebaut sind. Hä? Sind sie doch. Wo denn? Hey, Leute. Da habe ich die Feen hier echt. Bei mir auch. Bei mir sind sie da. Ihr Vollidioten. Ihr habt wahrscheinlich nicht gespeichert, wo ihr euch das letzte Mal ausgelockt habt. Digge. Fehlt euch sonst noch was? Also... Meine Map ist weg. Echt jetzt? Meine nicht. Ja, ihr solltet frei echt speichern. Meine ist nur nicht aufgedeckt. Das muss eigentlich nur der speichern, der das Spiel auch immer wieder macht. Anscheinend nicht. Ja, ja. Also Leute, ab in die Höhle. Mir hinterher. Ja. Und umdrehen. Aber ich habe Angst und es wird gerade Nacht. Ja, oh. Warte. Ist mein Kassettenspieler noch irgendwo? Ich glaube, es funktioniert gar nicht. Ich habe drei Kassetten, aber irgendjemand hat schon wieder meinen scheiß Kassettenspieler geklaut. Ich habe nicht. Ja, das ist ja nächstes Mal speichern. Oh, jetzt muss ich gehen. Habe ich. Sonst wäre unsere Basin und nicht so weit. Hallo, Diggeys. Hi. Hallo, Lukas. Lukas, hallo. Oder ist das... Ja, das Pavillon ist schon da. Hallo, hallo, ich bin der Luca. Hallo. Das heißt, das Pavillon. Das heißt, GZEBO. 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 Alle Intens sind ja, ich will nicht den Kadir hinterher. Der Kadir ist schwarz und das heißt, er geht drauf. Dachte, er läuft alle mir hinterher. Oh, hier ist ein See. Gibt es hier einen Speer? Ja, voll. Oh, ich glaube, ich habe einen. Ne, habe ich nicht. Ich habe einen Stock gefunden. Aber es ist das Gleiche. Okay. Oh, die Musik ist echt groovy. Hä, ich höre keine Musik. Ja, auch nicht. Ich habe einen Radio. Schaum ja, schaum ja. Oida, wow, ich bin savage. Oida, wow, ihr, äh, äh, hab zwar. Oida, wow, ihr habt Euro. Oida, wow, ihr habt Euro. Pien und Allah. Alter, es ist echt dunkel, man. Und sehr, was soll ich sagen. Halsig. Oida, wow, ihr habt pretty. Oida, wow, ihr habt zwar. Zwa, Zwa, Zwa. Weißt du eine Höhle, siehst du? Oida, wow, das ist Motherfuckin. Ich renne hier nämlich random rum und suche eine Höhle. Ach so, ich dachte, du weißt. Oida, ich sehe, ich sehe gerade gar nichts. Okay, jetzt sieht man was. Mir ist cold und wetter. Oida, 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 oida. Oida, oida, oida. Gesamtheitens, Oida. Oida, 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 oida. Oida, oida. Oida, oida. Oida, oida. Oida, oida. Oida, 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 oida. I Garlic, irgendwie hab ich alles kirch. Oh, man hat mir jetzt schon so viel Eingang gemacht, hab selbst die Vorschläge zu speichern. Wah-be-Sie. Okay, da speichere ich auch mal ganz schnell. Vielleicht heim Schroeder. Ich hab das doch nur im Kreis laufen, weil der 他.. Absolut nicht möglich. Jukas, du musst reden, deine Volonten schlafen. Alter, der ist auch gut. Was, die schlafen? Achso. Wake up! Wake up! WTF? Oh, ja, geil. Ich auch. Ich hätte auch eine Uhr. Ich hätte auch eine Uhr. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Alter, ist der fett. Das sind Kisten. Wo sind Kisten? Noll, hier sind echt. Noll, hier sind echt Kisten. Bei mir kommt einfach nichts raus. Ja, sieben. Bei mir auch nicht. Also, Jungs, geh mal da rein. Auf geht's. Motor rein. Ja, wait my second of me. Naja, alter, verpisst ich. Ja, okay. Die sieht schön aus. Eins, okay. Geht's rein. Ab geht's. Karriere, du bist echt zum Drogen-Bosttyp. Es soll Drummer werden. Ich versuch's gerade das Ding mit... Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal in Let's Play gesehen, was hier so passiert. War aber nicht so, weil die Pistole ist ja nicht. Was ne Pistole? Ja, es gibt die Pistole. Oh! Oh! Oh, ey, dieses Ohr hat nicht erschreckt. Mach den Computer kaputt. Das ist mein Computer. Oh, Alter, da ist ein i7-Prozessor drin, man. Ja, ganz bestimmt. Gibt's ganz genau 10. Oh, da hängt einer. Oh, jetzt sind ganz viele Flaschen. Found Passenger, Seed 4. Der saß aufm Platz 4. Oh, da ist wieder so hochstecken. Auf den mir ins Gesicht... Auf den mir ins Gesicht zu drücken, Alter. Okay. Jungs, hier ist dunkel. Hier geht's weiter. So, dann trinken wir halt nen Energydrink und essen dann Snacks. Habe ich auch gemacht. Gleiche wie du, Lukas. Lol, Alter. Das sind ja jetzt voll die Twins. Easy. GG. Das sind jetzt voll die Zwillinge, Schwester. Bambi! Da war kein Bambi, Mann. Doch, du wirst noch gar nicht gesehen. Doch, ich bin... Die zu weit hinten. Hiiii. Sei doch ruhig. Ja, bitte mach das Ding nicht mit dir. Hiiii. Oh. Danke. Bacon soda. I got bacon soda. I'm really sorry. Is it too late now to say... Wieso singe ich Justin Bieber? Ah, fuck. Ich glaube, ich sollte jetzt zum Hinduismus konvertieren. Oh, hier unten geht's auch noch weiter. Oh, shit. Hier unten geht's auch noch weiter. Oh, shit. Was ist da? Hier unten geht's weiter und es ist so dunkel, Mann. Ich keine ungefähr. Ich keine Angst. Ja, dann lass da reingehen. Ja, und... Alter, hier ist echt krass dunkel, Mann. Oh, oh, oh. Lass doch mal hin. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her, kommt her. Kommt her, kommt her. Ich will, ich will Action. Okay, lass mich schnell in die Facken raus. Scheiße, wir haben doch hier was. Also, wir sind ja auch grad noch mehrere Rhetoriker. Ja, eben. Ja, aber hier ist übel dunkel. Es folgt uns doch mal. Nee. Ja, ohne Licht ist schon dunkel, das ist klar. Ja, aber hier ist auch mit Licht noch. Was? Da siehst du keine 10 Meter, Alter. Doch, klar. Tess, Motto rein, Alter. Digga, ihr dürft nicht geskehrt sein. Ihr müsst einfach rennen. Hier sind Köpfe am Boden. Ich bin doch nicht geskehrt, Alter. Hey, hier ist ein neues Tape. Was? Spark Master Tape. Das ist ein neues Tape. Ich hab die Karte hier gefunden. Hey, hier ist ein Kopf. Und ein Kreuz. Und eine Bibel. Bei mir kommt grad der Sound. Als hätte ich was gefunden. Obwohl hier zweimal der gleiche Kopf ist. Waren das Zwillinge? Ja, ich schaue zum Arsch, aber. Nein, ich schaue zum Arsch, aber. Nein, ich schaue zum Arsch. Und jetzt hier lang. Wieder raus. Boah, Leute. Hier ist so ein Lootraum. Hey. Da ist Jesus an einem Kreuz. Und ein Loch. Und da ist ein Jesus-Kreuz. Oha. Lukas, komm her, schnell. Hier geht's nicht auf. Was? Es geht nicht auf. Alter. Oh, das ist wieder so ein Bug-Ding. Oh mein Gott, das ist hier dunkel. Wieso ist hier auf einmal so hell? Bug. Ne, das ist kein Bug. Wir sind nur wieder draußen aus der Höhle, glaube ich. Nein, du kommst da nicht raus. Das geht auch nicht auf. Doch, hier ist dieses komische Loch, Alter. Deswegen haben wir gerade das Ding gefunden. Mein Handy. Verpies dich. Was hinst du jetzt von mir? Warum? Hast du nicht gerade das Heft angeschaut? Boah! Du Idiot, was machst du? Und das Jesus-Kreuz. Das war Gottes Arschloch, das Loch hier. Also, ich kann das erklären. Ich war's nicht immer, Oli. Aber warum hast du dann so behindert? Ja, weil es witzig war. Ja, weil es witzig war. Witzig! Alles klar, es geht so beruhig. Es hat mich gar kein Leben dazu gemacht. Warte, Oli. Oli, hast du das hier nicht angeschaut? Doch. Ich auch. Ja, eben. Hä? 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 Ich nehme die Map auf, aber hab's hier nicht im Inventar. Nee, die Map kannst du nur durch M nehmen. Ja, aber ich hab's hier nicht im Inventar. Ich hab's hier nicht im Inventar. Wir müssen in dieses komische Loch rein, das wir gerade gefunden haben. Explore Dead Cave, Keep Exploring Hanging Cave, haben wir schon. Explore Waterfall Cave, haben wir. Setup Camp. Wow. Ey, lass mal dahin, wo wir gerade rein sind. Ja, chill, ich muss mir noch ein Fackel machen. Ich bin zu voll, um die Fackel zu machen. Scheiß drauf, Yolo. Ey, du Hundehelfer. Hundehelfer. Hä? Hier ist wieder in die Kassette gespawnt, Alter. Wir spawnen alles mal, wenn wir alle da rausgehen. So ein Huren, ey, ey. Ich seh ja wahrscheinlich da im Prison. Ja. Ah, Nigel. Oh, ich kennenglaub den Raum. Ich war, glaub, in der Höde schon mal. War's, nee. Ich kennenglaub dich. Doch, hier ist ein Mutant. Bambi? Nee, Mutant. Du musst halt mal aufpassen, dass ich auf der Cam bin, weil ich bin bei dem Fall gerade unten. Okay, ich bin doch in der Fall. Geh weg, geh weg, geh weg. Was zum Teufel ist das? WTF? Haha, er plant. Hallo. Ich bin die halbierten Leute. Boah, ich muss den Sound leise machen. Man hört euch gar nicht. Yolo, Alter. Nice. Er ist in der Luft. Backflip. Leif. Ich hab's nicht gesehen, super. LOL. WTF? Die Prähen. Ja, ich kann... Alter, er ist einfach genau mittig halbiert. Zwar ungerade, aber ziemlich genau mittig. Nein. Ich wusste gar nicht, dass... Ich wusste gar nicht, dass die Dinger so schraus sind. Doch, ich kenn die Höhle. Doch. Nein, wusste ich nicht, Oli. Doch, ich kenn die Helfer. Wo rennst du hin? Doch, 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 doch. Hier hab ich doch nichts. Leute, guck, hier sind die von der Decke geflogen. Ja, ich hab's grad gesehen. Ja, der eine gerade ist auch von der Decke geflogen. Oh, meine Fackel ist aus. Nice. Meiner. Er lebt nur. Ist mir egal, ich hab den anderen. Gutes Dokument, Lukas. Ich würde jetzt rausgehen, aber... Ist ein Abenteuer. Was? Wieso? Wir dürfen nur nicht sterben, Alde. Kali, du hast echt Angst vor dem Spiel, gell? Nee. Doch, hatte... Natürlich, Alde. Du hast in den letzten Folgen voll auf gesagt, Alde, hatte ich grad Angst. Ja, hab ich gar nicht. Es ist leider. Ja, natürlich, Alde. Kannst du auch ein Sprengen? Nein. Äh, das ist kein Sprengen. Da wäre ein Symbol. Da wäre ein Symbol. Da wäre ein Symbol. Ja, der hat Angst. Dann kann sie nach reinglitschen, Alde. Schau mal, ich komm wieder hier raus. Ja, das bringt ja nix. Ja, man kann sich reinzulösen. Oh, das muss ich auch machen. Wieso kommt da Licht her? Ich hab schon wieder die Basel, dass ich meine Fackeln nicht aufzunehmen kann. Hä, waren wir in der Höhle nicht schon? Nee, nee, die sind nur alle gleich aus. Ja, aber dieses übel lange Seil kommt mir so bekannt vor. Ja, alle Seile sind lang. They say, you can't live forever on. Das bin ich, Mann. Der Kader hat gesagt, alle Seile sind lang. Ach so. Was ist das für ein Satz? Hier geht's runter. Ja, keine Ahnung. Ja. Frag doch den Kader. Hier geht's runter. Oli, Vorsicht. Ich bin schon wieder Action. Warte, ich will vor dir runter, Oli. Weil ich will dich runterfallen sehen diesmal. No, Oli, ich kann einfach runter bleiben. Okay, Oli fällt nicht runter. Ja, ach nee. So, runter? Du hast es doch aufgenommen, oder? Ja. Du musst es mal an Lukas geben, dann schneidet er das hier rein. Ja, aber das macht auch gar keinen Sinn. Doch. Du bist ja in dem Moment nicht runtergefallen. Ich schneid's einfach rein und sag, oh, Oli, ich kann runtergefallen. Okay, also der Kader kommt jetzt. Jetzt muss ich das? Nein, ich mach das nicht. Nee. Nee. Ich werd das nicht bearbeiten, Alter. Seht ihr den Glitch auch? Ja. Ja, in deinem Kopf, Alter. Genau den. Ja, okay, nee, es hat nicht so gered... Du gibst dir keine Mühe mit deinen Videos. Das seh ich hier. Oh, Babies! Bei mir hat's nicht genug gerendert, deswegen hab ich grad durch den Boden... Oh, Babies! Oh, shit. Schon wieder. Pass auf, der Kader hat gleich wieder Angst. Oh, ihr geht's aus dem Anschauen hier drin. Meine Hosen! Ey, da ist ein... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Der ist so! Also, der ist so! Der ist so! Also, der ist so! Was für eine Kiste? Hier! Hö, da sind Hunderkisten! Ach, da! Ich! Jetzt hört doch auf, mich rumzuschupfen! Ich hab döscht! Die sind aber hässlich! Ich hab auch viel, bis sie da gegangen ist! Dann trink was! Wow! Was hier rauskommt! Hier geht's doch zum Sprengen! Lalalala! Warte, bis wir kommen! Ich ess mal noch mal was. Hier hinten geht's weiter. Jungs, Obacht. Komm mal hier her, Alter. Hier gibt's Alkohol. Alkohol! Lass uns mal hier drin besaufen, Alter. Mach's lieber nicht. Hier ist einfach nur Ausdauer. Mir passiert nicht bei Alkohol. Ja, stimmt. Hier geht's runter. Nice. Ich liebe es, wenn's runter geht. Oh, das sei aber übel kurz. Ja, hier kann man nicht runter schockieren. Dieser User wurde zu eurem Channel. Hä? Sind die eigentlich behindert? Sepp? Ja. Sepp verpiss dich. Wurde gehofft, konnte ich dafür. Sorry. Wir sind extra in einem Aufnahme-Channel, Mann. Was ist mit dem? Ich geh doch schon. Tschüss. Ja, tschüss Sepp. So ein Sepp, Alter. Ich glaub, er hat dich Serious genommen. Serious Black. Ich hab's auch Serious gemeint, Alter. Wir sind extra in einem Aufnahme-Channel. Warum movt man den hier rein? Ich mein, er kann nix dafür. Okay, sorry Sepp, weißt du das Video, sieh ich. Der schaut den niemals an. Wer ist es überhaupt? Das ist Serious, Alter. Schau mir hier an. Wow, da leuchtet was. Alter, hier ist es geil los. Alter, hier machen wir Disco. Digga, lass hier mal die Disco aufmachen. Alter, schaut das fett aus. Komm, wir hier runterspringen. Warte, ich muss den Moment grad genießen. Das schaut übel fett aus. Kadi, jetzt geh mir aus dem Bild. Ja, wir kommen auch mal runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war von hier oben. Ollis runter. Oh mein Liga. Oh mein Gott, der hier ist so laut, Alter. Deswegen hab ich nen Sound runtergestellt. Er rennt da ja wieder. So, diesmal zünde ich's an, nicht wie im letzten Video. Ja, du bist ein Spaß, Alter. Oh ne Sache, die ist ja voll effektiv. Oh scheiße. Ja, ich hab nen Brenn... Haha, Tess ist gestorben. Du musst ein Bier ausgeben. Ich hab schon wieder... Was? Vor allem, ich hab schon wieder vergessen... Ey, ich bin einfach komplett gestorben. Oh, wow, wow, wow. Ich bin auch tot. Quack, ich muss auch ein Bier ausgeben. Was geht ab? Ich bin komplett gestorben. Ja, weil er dich nochmal geschlagen hat. Kann mir jemand helfen? Wünsche auf den Weg, Likas. Ja, also ich chill hier grad im Flugzeug und ihr? Oh mein Gott, ich bin... Ja, Tess, du musst jetzt wieder herlaufen und deinen Rucksack aufsammeln. Das geht? Ja, voll. Hier ist ein Rucksack? Alter, ich bin on my way. Hier liegt ein Rucksack, den der Tess aufheben kann. Ich baue hier mal ein Feuer, okay. Ich seh eure Namen kein Stück, ich weiß nicht wo die Höhle ist. Ja. Ja, Tess, ist halt ein bisschen schwierig. Da haben wir ein Problem. Ihr könnt den Rucksack auch nicht aufheben, oder? Ne, Mann, dann kann ich nicht so machen. Ne, ich seh nicht meinen Rucksack. Ich laufe einfach in eure Richtung und ihr müsst mir sagen wo es nächste Seil ist. Oder ihr müsst den Ausgang finden und mir sagen wo es runter geht. Ne, Alter, ich bleib hier in der Disco. Alter, bis wir den Ausgang gefunden haben. Jetzt, äh... Hör ich noch was zu essen. Ich seh eure Namen, ich laufe doch zu. Warten wir halt auf den Test, den Hunde helfen. LISI! Soll ich mir nen Fuß brauen? LISI! 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 Ich braue mir jetzt nen Fuß. Ich braue mir doch einen an Storch. Ich braue mir jetzt nen Fuß. Wow! Oli, wo bist du denn da schon wieder? Ja... Hat jemand meine Knochen klaut? Nö. Null. Oba, die Kommenskul Götter. Also ob irgendepo Interesse hätt an solche zumgefallenen Staubzement-Flock. Ui, läufst du schon weiter, oder was? Oh, mir ist schon heulig. Hehehehe. Ich hab nen Fuß gestern und jetzt hätt's mich... Wir hängen eh nur tote Menschen rum. Jetzt hat's mir wehgetan. Jetzt hab ich Angst. Hier ist ein toller Gang. Der sieht aus nach nem Bossfighter oder so. Ja, ist doch easy. Ja, aber lass mal auf den Terz warten. Ja, der ist ja. Du bist ja gleich da. Ich bin jetzt an der Oberfläche. So lange kümmern wir uns um das Baby. Hier, wenn du irgendwie von... Also, wenn du zu mir schaust, müsste es von dir rechts sein. Da muss irgendwo, muss es runtergehen. Das haben wir ja vorher gesehen, wo dieser komische Typ war, der Arme am Kopf hatte. Da war ja übel das lange Seil. Echt? Wenn ich ehrlich bin... Warte, ich geh mal da zurück. Wenn ich ehrlich bin, dann checke ich die Map irgendwie nicht. Wo sind da wir? Auf der Karte ist nicht wieder eingezeichnet. Bei dieser Stecknadel, Mann. Ach so. Schweigen die Tiere. Die Höhle ist aber nicht so groß, oder? Ah, nee. Bei mir war sie nur vorher nicht ausgeleuchtet, weil wir nicht in der Höhle waren, die Map. Äh, warte. Ich such das mal schnell, Tess. Flakow, where you been? Ich hätte sich nicht zurück, Lukas. Ja, ich muss ja einen Tess retten. Okay, ciao. Okay, ciao. Ich laufe ja allein durch die Höhle. Ich hatte, wenn ich tu wäre, dann hätte ich jetzt Angst. Ja, zuglück tu ich das nicht. Ich bin jetzt gleich über euch, mitten auf dem Fluss. Warte, hier in der Nähe war das doch, oder? Hä, Leute, man kann direkt sterben, wenn der dich zweimal schlägt, oder was? Ja, wenn du tot bist und der dich nochmal schlägt, Hä, wo zum Teufel bin ich? Ah, Lukas. Ich brauch ne Fackel, Alter, ich seh gar nix. Ja, du bist ne Fackel, du siehst nix. Ja, du bist ne Fackel. Oli, sei mal nicht so unfreundlich. Ja, okay, halt small. Ja, okay, halt small. So, warte, sieh. Also, du bist den Lukas mal seinen Kumpel hier gefunden, ne, mach nie eine Witze. Okay, wir machen jetzt Sparwitze, bis ich wieder bei euch bin. Okay, warte. Okay, okay, jetzt weiß ich, wo ich... Ja, ja, warte, 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 ich mach schon. Lol, ich hab grad die Front vom Flugzeug gefunden. Die Front vom Flugzeug. Das Cockpit. Ach, was? Ja, voll, die sind immer apart. Ah, okay, test, test, ich bin gleich da. Du musst jetzt über mich... Jungs, Jungs, da kommt der... Da in der Nähe musst du heilen. Trump hat deutsche Vorfahren. Na toll, jetzt sind die am dritten Weltkrieg auch noch schuld. Alles klar, war witzig. Ah, ich hab ne Flairgang gefunden. Was macht ein Elefant in der Antarktis? Er befindet sich auf unbekanntem Terö. Ah, ich hab das blick nicht sehen, irgendwie. Das Witzige war, dass ich grad echt voll den enttäuschten Blick in die... Karriereentscheidung. Dieb oder Pornodarsteller. Oder auch Knetemopsen oder Möpse kneten. Alles klar, bin raus, gell. Ist er jetzt echt weggegangen? Ja, er ist weggegangen. Oli? Ja, ja. Oli? Ich hab hier ne Stelle gefunden, wo man mit einem... Mit einem Climbing-Ex benutzen kann. Karriere, ich hab... Äh, was, äh, Tassi, ich hab's gefunden. Ja, ich bin auf dem Weg dann, ich muss wieder den Berg hochlaufen. Die sagen, ja, ich hab's wahrscheinlich da in prison. Oli, erzähl, komm. Hier sogar zwei, okay. Bescheuerte Wortspiele über Vegetarier kann man sich echt schinken. Ah, Alter. Was? Was? Oder auch, ich bin so motiviert, ich bin schon fast Mutti fünft. Wenn Leute sagen, vegan sein ist Beste, bekommen sie mit meinem Dürum einen Schlag in den Fresse. In den Fresse. LAL, der war gut, Alter. Oli, was machst du für einen Scheiß? Was? Hallo? Tass bin da. Bring mir ne Pfleger mit. Ähm, okay. Au, du hast mit der Axt geschlagen, wie du. Und slide mal so lang. So, und jetzt schnell zu meiner Tasche. Ja, wenn ich nur weiß, wo es hingeht. Ach, dein Ernst? Lehrer, was ist ein Kilowatt? Läu, wie lang ist eigentlich das Seil? Antwort aus der letzten Bank. Zwei Pfund Elektrizität. Alter, was? Alter, was? Heute Tass, nicht heute was? Ja. Äh, Moment. Ich brauche Licht. Okay, also hier. Im Großen, ja, nur. Ich suche nur noch länger. Ja, ich habe, wir sind schon wieder in der Hölle. Du weißt schon, wie die Karte minus Lukas. Plug away, über den. Ich brauche doch keine Karte, Alter. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche, was auch immer die Westentasche sein soll. Hast du es dir aus den schlechten Filmen? Ja. Hast du da gerade eine Flair lang geworfen? Auf! Du hast sie nicht geworfen, du hast sie geschossen, gell. Kleiner Action. Du hast doch wohl das Schuss entkehrt. Prank gone wrong, Alter. Der beste Mann ist immer noch der Ötzi. 5000 Jahre in der gleichen Spalte und immer noch steif. Alter. Halde. Was zum... Also, ich habe echt die Witze am Auspacken, das glaubst du gar nicht. Du bist ja Boyan Bienen jetzt. Alter, die Flair's mal ungefähr gar kein Licht. Oder du schießt sie einfach in den falschen Ort. Die rauchen einfach nur. Geilo. Ich bin hier mein Fleisch gessen und dann mit Olli neben mir ich. Würde ich jetzt behaupten, dass es auch lieber. Tragen Cyberpolizisten eigentlich Google-sichere Westen? Google-sicher. Okay, Tess, hier geht es doch nicht lang. Ich habe mich gerade verlaufen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Die Tür nur noch weiter anhält, die Länge hier brauchen. Nee, hier müssen wir nicht hin. Wir sind weiter runter. Ja, aber schon richtig. Nein, da kommt man nämlich nicht lang. Doch, da unten ist ein Cyber-Hut. Was? Tess, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ist das Fleisch von glücklichen Tieren? Nein, von Toten. Ja, okay. Hä? Wo ist hier ein Seil? Du behindert? Ja. Ja. Nein, ich bin da. Banner. Was, da ist ein Boner. Hä? Tess, komm mal nochmal zurück. Ich brauche meine Tasche. Dann komme ich. Ich komme zurück. Ich komme, Lukas. Oh nein. Wir sind schon wieder Babys. Hey, Lukas. Mach die mal weg, Oli. Hey, ich sehe hier kein... Ich schwöre. Ja, ich laufe zu deinem Namen, aber da ist eine Steinwand. Alter, wie viel ich einfach collected habe. Hey, Lukas. Wollt ihr mich pranken, Alter? Prank gone wrong. Oh, ich bin tot. Komm nachher. Hey, hier ist eine Steinwand. Kann mich einer wiederbeleben. Ach, die muss man aufsprengen. Bei mir ist die zu. Bei mir ist die zu, Alter. Und ich dachte mir gerade, hä, wieso sehe ich keinen Weg? Wow. Alter. Loll. Prank gone wrong, Alter. War hart, Mann. Die Stolle machen ganz schön Damage. Da hinten kommt noch einer angekrochen. Lukas, schau mich an. Ich sehe dich doch nicht auf. Schau mal hier, ein kleiner. Oh, ihr habt abgeschossen. Schau mich an, schau mich an. Ja, voll. Na, cool, ey. Ey, fau mal mit gut und es passt eins. Bin König der Alpen. Bist schon ein Homo, meinet. Hey, wieso höre ich gerade schon wieder den, was entdeckt, so? Und ich war hier da schon mal. Ey, wasch gar nie, Alter. Dig, jetzt tu nicht so, als wäre ich Spiel Buggy. Herzlich willkommen zum AfD-Wetterbericht. Der Schnee kommt von Westen und der Dreck vom Osten. Von wo kommt der Schnee? Von draußen. Ja. Du hast nochmal jetzt kickt, aber... Also, gehen wir weiter, Jungs. Jetzt lass mal weiter hier. Also, entweder... Ja. Wir gehen hier runter oder wir gehen dann weiter, aber ich bin... Alter, geil, geil. Lass uns mal weitergehen. Hier. Ich würde... Nee, warte, wir gehen... Nein, 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 wir gehen da jetzt noch nicht runter. Da geht ja. Achso, okay. Ja, das runtergehen machen wir uns dann in der nächsten Folge. Obacht, hier ist gleich... Obacht, ich bin wohnhaft, direkt neben der Atomkraft. Hier, ihr müsst da drüber hüpfen. Und... Schau! Ah, nein, nein! Und... Ich will die Uhr von der Tiss. Obacht. Hüpfen wir bloß nicht runter, ich sag's dir. Lauf, lauf, 111er. Du schaust jetzt übrigens aus wie der Card hier. Oh, shit. Ja. Das sind wieder Babys. Angst, Angst. Hund, ihr helfe. Der beschützt gerade seine eigene Leiche. Au, au! Eu, der hat ihm... Der hat ihm seine Rückhand geschlagen, glaube ich. Halt's Maul, Leute. Oh, shit. Ich bin fast tot, Alter. Ich bin fast tot. Bili, belieb mich. Oh, ich bin tot. Da ist ein Baby. Ähm... Wieder lebe ich eine, oder? Oder, 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 oder? Oder, oder, oder. Oder, 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 oder. Ich bin froh, dass ich ganz tot bin. Ich fühle, dass da hinten irgendwas cooles gibt. Außer es geht da wieder raus. Es wär halt lame. Wenn da lame, dann werd ich wieder reingeben. Nee, es geht wieder runter. Bringt einfach runter, klettert nicht so bescheuert. Oh, hier geht's. Ja, ich hab keine Medizin mehr. Hier geht's weiter durch die Wand? Hey, Lukas, ich hab dir die Medizin. Ja, dann geht's wieder raus. Nee, hier geht's weiter. Hier? Ja, ich bin schon durch. Du bist noch mein Zählte. Dann weißt du nicht, Lukas. Richtig viel. Wir sind stecken, geil, endlich. Was? Wir sind stecken. Nice. Dann können wir jetzt ja endlich mal Fackeln machen. Woo, Soda, Bacon, Soda. Dann trinken wir doch gleich mal eine. Zwei sogar, heute sind wir. Alter. Wo sind wir, Alter? Ich will da runter. Ah, das ist Gottes Arnuss, Alter. Wahrscheinlich müssen wir da hinten runter, in der Höhe. Nein, hier kann man doch runter, oder? Tess, was ist da hinten, wo du bist? Warte mal. Äh, ist das ein Bug, das man nach oben draußen sieht, oder? Nein, das ist wirklich ein Loch. Das ist hier. Aber das war in den letzten Versionen noch gar nicht aus. Hier fällt man nicht runter. Stimmt. Ja, hier kann man aber auch noch rein, gell? Seht ihr das? Lass mal da dann reingehen. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Seid mal leise, wir machen das, was du in der nächsten Folge. Tess, du kannst gleich danach, also wenn ich fertig bin, deine Aufnahme starten. Die nächste Folge, wie immer, auf Tess-Kanal. Schaut da vorbei. Bye, bye, gell? Okay, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.